Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht Sarah Jane neben den Dreharbeiten für die Reality-TV-Doku Die Wollnies tatsächlich auch noch einem geregelten Beruf nach. Während ihre Schwestern Silvana, Sarafina, Estefania, Lavimia und Loredana inzwischen auch als InfluencerInnen ihr Geld verdienen, ist die 24-Jährige nach wie vor in ihrem Traumberuf tätig, als Krankenpflegerin. Ihre Arbeit ist neben ihrem Freund Tinoş einer der Hauptgründe, warum Sarah Jane partout nicht in die Türkei auswandern möchte. In einer Fragerunde auf Instagram verrät sie nun, was es für sie bedeutet, von ihrer Familie zurückgelassen worden zu sein. Auf die Frage eines Users, ob sie ihre Anverwandten vermisse, hatte die 24-Jährige eine deutliche Antwort parat. Doch schon, am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer für mich, gibt Sarah Jane spürbar niedergeschlagen zu. Inzwischen habe sie sich aber an die rund 3000 Kilometer Entfernung gewöhnt. Es ist nicht mehr ganz so schwer. Natürlich gibt es Momente, wo ich sie mehr vermisse. Aber damit komme ich zurecht, betonte sie leicht melancholisch. Dass sie ihre Liebsten nur noch selten zu Gesicht bekommt, findet die Blondine traurig. Sarah Jane erklärte allerdings, wie wichtig es ihr sei, dass die ausgewanderten Familienmitglieder in der Türkei glücklich sind und sich dort wohlfühlen. Über die konkreten Zukunftspläne von Mama Silvia, 58, scheint die Krankenpflegerin ohnehin nicht allzu sehr im Bilde zu sein. Ein Fan wollte unter anderem wissen, bleiben deine Mama, Sarafina, Loredana und Co. jetzt dauerhaft in der Türkei? Darauf antwortete Sarah Jane etwas schwammig. Nein, ich denke nicht. Sie glaube stattdessen, dass sie mal eine Zeit hier und eine Zeit dort sein werden. Da scheint tatsächlich mehr das Prinzip Hoffnung der Vater des Gedanken zu sein. Ablenkung findet die 24-Jährige derweil in ihrem Beruf. In der Vergangenheit hatte sie auf Instagram bereits erklärt, dass sie im Monat über 200 Stunden arbeite. Schichten von bis zu 14 Stunden seien dabei keine Seltenheit. Für den TV-Star ist das kein Problem. Ich kann die Leute nicht verstehen, die den ganzen Tag im Bett liegen und nichts tun. Das ist echt eine Bestrafung, stellte Sarah Jane unmissverständlich klar.